So, erstes Tor und gleich, was für ein schönes, Kentin Mahe. Das ist die Gelegenheit, gut gespielt, Kemper und er ist reden. Schnell gespielt und dann der Kempertrick, tolles Tor der Südkoreaner. Wechsel mit dem Kreisläufer, Tobias Wagner, gleich mal rotzfrech mit einem Kemper starten, so sorgt man natürlich auch.